Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Orkse Mastediye und da sind wir jetzt in den Zwillingssaalen, die mir auch aus Teil 2 sehr bekannt vorkommen. Da habe ich sie nicht unbedingt gemocht. Ich habe sie mich auch ein Leben mit denen. Allerdings, ja, war nicht ganz mein Fall dieses Level. Naja. Brett Brett, Flutgegner Brett Brett. So, was steht das noch mit? Alles klar. Kann ich nicht die Schützen irgendwo gefahrlos hinstehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich einfach nicht, oder? Wo ist denn das hier? Ohhhh. Hier könnte ich mich entstellen. Ähm, Sieben! Hier ein und auf der anderen Seite wird auch noch eine gestellt. Und bumm, so. Wohin teleportiert mich das? Ach, der ist zum Aus-Ein-Wie auch immer Gang. So, ich würde sagen... Probieren wir mal die Bräter hier aus. Der gute alte Bräter. Sieht gut aus. Probieren wir mal. Keine Ahnung, wie krass er ist. In Teil 2 hat er mir nicht so gut gefallen. Aber naja. Man soll den Abend nicht loben, bevor man den Tag nicht spendet hat. Oder sowas in der Art. Auf jeden Fall... Das wird Spuren hinterlassen. Wird er schon, äh, Spuren hinterlassen. Denk ich mal. Gehen wir mal schwer von aus, nicht wahr? Wo mir die Sterrefallen immer noch natürlich am liebsten sind. Okay, jetzt geht los! Are you ready to rumble? Ey, wieder mit dieser scheiß Armbrust. Ich hasse sie. Wirklich! Jetzt ohne Spaß. Ich hasse die Armbrust. Aber nicht gut, ja. Komm, ich krieg's auch noch Platz. Ehm... 6. Ich krieg hier mal einen hin. Und los geht's. Weiter geht's. Jetzt weiter? Okay, an der Seite. Hallo everybody and welcome to my Horror Show. Okay, der schießt wenigstens. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der andere geschossen hat. Aber naja... Vielleicht hat er's doch und ich hab's einfach nur nicht gesehen. Naja, ich hab's noch gesehen. Okay. Yo... So, dann geh ich mal auf zur anderen Seite. Hier. Pack da noch nen Bräter hin. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was so geht. Andere Seite. Wupp, wupp. Ich glaub, ich werd eine Seite richtig ausbauen und die andere Seite, ähm... Versuch ich einfach selbst zu verteidigen. Oh, hörte mal aufgeben, mich anzugreifen. Was soll denn das? Headshot. Headdy, 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 Headis. Ich verteile Heddy 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 Jetzt geht doch mal weg Alle Irgendwie bin ich richtig gut Irgendwie bin ich richtig gut Ich will mich ja nicht selbst loben Aber irgendwie bin ich richtig gut So Dann würde ich sagen, stellen wir noch ein paar Schöne Stachelbein aus Ich glaube doch, das wird sehr wehtun Lust halt nicht mir Ja so Den Orcs würde ich sagen Den Orcs würde es wahrscheinlich wehtun Ja Gehen wir einfach mal davon aus, dass es den Orcs wehtun wird Und dann ist alles cool So So Ich muss auf die andere Seite Die hier ist ja bestens geschützt Was ist da rum? Weil die krass sind Yeah okay Oh nein das war falsch Oh Bester Job aller Zeiten Wow Das wird nicht unbedingt angenehm Für euch ja Für die Das wird sich hübsch an dir machen Orcs Wird das nicht angenehm werden Kommen Ratten? Ne eigentlich nicht Eigentlich habe ich keine Ratten gesehen Dass Ratten kommen sollen Ein Troll Oh girl Whatever Oh hey Bleibe er stehen Warum? Ich glaube ich muss nicht übergeben Warum? Was war das denn für Megalex eben? Megalex Seien sie vorsichtig Ich will der Megalex Megalex Ich töte dich zuhause Ich töte dich hier Ich töte dich überall Aber du kannst dann genau sekundiert bleiben Und sterben Macht keinen Unterschied Geht Ich glaub der Plan war ganz gut Dass ich ähm Eine Seite verteidige Und die andere Seite Mein Fein überlasse Wow das hat echt gut funktioniert Zumindest funktioniert es im Moment noch echt gut Bereit eurem Geheiß zu folgen Bereit eurem Geheiß zu folgen Bereit zu dienen Ich dachte du bereit meinem Geheiß zu folgen So Stell ich nochmal fein auf Ich mag das auch Also wer hier durch will der muss schon Balls haben Balls of Steel So Okay Hier kommt keiner durch Hier kommt keiner durch Nie wieder Hier kommt keiner durch Hier kommt keiner durch Nie wieder Wird er zu gern sehen was Auf der anderen Seite so abgeht Wow awesome Mega Maschinengewehr Action Warte den kann ich verchecken Dann kann ich den verchecken Ich will den verchecken So Dann kann ich Nummer 6 Wie Ne Nummer 5 So Vielleicht verfeiert Yeah I like it I like shiny things Halt die Fresse Mein Amos ist voll Super Boah Wachs Nee Haus weg Haus weg Haus weg Haube alle weg Man muss sich übergeben Ist doch alles cool Shit Und keiner durch Ich bin ein Glückspitz Yay Ich weiß zwar nicht warum aber ich bin einer Das ist aber wichtig Voll in die Fresse Digga 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 in die Fresse In die Fresse Gebämmt So Hier gehen doch bestimmt noch ein paar Fallen Das letzte was du je sehen wirst Schick Ich bin wieder auf der anderen Seite Warte mal Kann ich denen mit Kopfschüssen beikommen Ey dein scheiß Kopf ist so scheiße riesig Und ich krieg dich trotzdem nicht Blatt oder wie Doch Geht alles Man muss nur wollen Der Wille in dir und so Ne Quidd Werbung Super Ich kann nicht ab Ich kann nicht ab Ich kann nicht ab Ich kann nicht ab Das ist leider geil Während dieses Spiel Kann man auch keine Vernünftigen Themen ansprechen Wow Das war's schon Yeah Awesome 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 Wann klingen? Mastu bringen an Wand an, läuft der Ork vorbei, kommt raus, macht der Ork zerschnetzen, wie du siehst in Abbildung 1 und in Abbildung 2.